Nach heftiger Kritik an seinem ZDF-Sommerinterview ruht der CDU-Chef Friedrich Merz zurück. Er schrieb am Montag auf Twitter, um es noch einmal klarzustellen und ich habe es nie anders gesagt, die Beschlusslage der CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben. Dagegen hatte Merz am Sonntagabend getwittert, das Thema Zusammenarbeit mit der AfD betrifft die gesetzgebenden Körperschaften, also im Europaparlament, im Bundestag und in den Landtagen. Dies entsprach der Linie, die er zuvor im ZDF-Sommerinterview vertreten hatte. Eine Aufweichung der auch von ihm selbst immer wieder formulierten Brandmauer zwischen AfD und CDU sehe Merz darin nicht. Auf die Frage, was die AfD den Menschen biete und die CDU nicht, antwortete Merz, wir messen uns nicht an der AfD, sondern wir sind größte Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag. Damit sind wir die Alternative gegen diese Bundesregierung. Die Union müsse jetzt Konzepte liefern und Vertrauen zurückgewinnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017